Hallo Leute, ähm, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den S.A.N.E.S. Projects. Und wir sind jetzt hier das letzte Mal in der Pyramide, mal wieder, stinkt ihr Leben. Diesmal falle ich aber nicht in die Falle. Hehe, so. Nein! Soviel zum Thema, ich falle nicht rein. Bäh. Blöd, 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 blöd. Bisschen kämpfen hier, bisschen die Leute kaputt hauen. Oh, Mary ist schon wieder bald down. Muss ich rechtzeitig reagieren und ein Heilkart verteilen. So. So, und wieder raus, und wieder rein, zack, zack. Also, immer schön an der Wand lang. Es scheint ja alles hier schön mittig zu sein, die Fallen. Das ist für den unvorsichtigen Abenteurer natürlich total blöd, aber für erfahrene Abenteurer wie uns, Mist, ist es natürlich überhaupt kein Problem. Hups. Hups. Kampf. Du, 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 Mommies. Oh, Mary, warum bist du down? Das geht doch gar nicht. Mann. Mary, die kann ich nicht down gehen. Wegen sie nur... Nein, Alter, ich kriege hier eine Vetter. Hm. Jetzt muss ich wieder zurück und Mary wieder... wiederbeleben. Ach, das ist doch schon mal blöd. Warum greifen die mal Mary an? Die kann doch gar nichts dafür. Ich hab die einfach nur ins Team mit reingepackt. Ich hab sie dazu gezwungen, mitzukommen. Kein Grund, die ständig anzugreifen. Ach, Mann. So. Ab da, nein. Schneller. Mann, das dauert ja alles so lange. Ja, hoch. Inzwischen weiß ich ja, wo der Onkel ist. So, guten Tag. Wiederbeleben. Mary, wiederbeleben, ja. Danke. So. Ah. Gibt es hier auch einen zweiten Ausgang? Nee. Ach. Die momentan starten auch und völlig sinnfrei. Die Monster kommen trotzdem. Früher oder später auf jeden Fall. So, liebe Pyramiden. Ach, Mann. Mary hat doch bloß 60 HP, ey. Das ist voll wenig. Hallo. Hm. Na gut. Also, los geht's. So, schön. Ja, hier ist rumgeläuft. Sehr gut. Schön hier ringsrum geläuft. Jetzt müssen wir hier oben lang. Jetzt müssen wir hier lang. Und gehen hoch. Aha. Gehen wir hier lang. Mal gucken. Ah, doch mal verkehrt. Gehen wir hier lang. Labyrinth, Labyrinth. Oh, hier geht's runter. Ist ja nice. Oh, zwei Truhen. Safe. Ich habe immer Angst vor den Truhen, ja. In Pyramiden. Und da drin ist eine leere Truhe, okay. Eine Fresskiste. Verdammt, Axt. Werden wir sie besiegen können. Wir werden es niemals erfahren, wenn wir es nicht probieren. Nö, Angriff, 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 Mary, auch Peng. 134 Schaden. Die haut ordentlich rein. Hm, das ist interessant. Muss ich nochmal probieren? So eine Fresskiste muss man doch besiegen können. Angriff, 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 Angriff. Magie, Peng. Mary. Es muss tatsächlich random sein, was sie hier machen. Angriff, Angriff, Angriff. Kill Bill will not down. Einen Versuch mache ich noch. Ich will die Fresskiste am liebsten richtig kaputt haben. Ja, ja. Nice. Fresskiste besiegt man jedes Mitglied, halt auch ganz wenig Erfahrungspunkt. Aber trotzdem machen wir jetzt noch ein Safe. So, jetzt was in der Truhe drin? Natürlich nicht. Okay. Schauen wir mal weiter. Ähm. Ja? Eine Mini-Medaille, na immerhin. Hat sich ja richtig gelaunt, man. So, hoch hier. Und weiter in dem wirren Labyrinth, umhergeirrt. Gehen wir mal hier rein. Sack, Gasse. Ich muss jetzt hier mal Feuer speichern, das geht nicht anders. Weisheitssamen. Oh, geil. Item. Pick. Weisheitssamen. Benutzen auf Mary. Oh, Mary, du bist so weise. Abgeben an den Beutel. Nice, nice. Ich mach jetzt noch ein Safe. Ganz viel Saves. Wie früher. Bei Tomb Raider. So, gucken wir hier noch nach unten. Was hier so schön ist noch. Oh, Gegner. Oh, geil, ein Beutel. Ein Lachsack. Mary macht Peng. Oh, Lachsack schon tot. Flammenfuß. Flammenfuß. Peng. Na. Na, das war ja nicht so berauschend. So. Hm. Da ist nichts weiter, okay. Da geht's hoch. Na dann, aufi. Das wird ja immer verwirrter. Ja, nicht in der Mitte lang laufen, ne. Oh, hier geht's noch mal hoch. Cool. Geht ja schnell. Geht's wieder runter. Verschlossen. Ach, Mist. Ach, da war noch hier mit den Kindern. Ich hab da ja nur den Zettel. Ich such mal nebenbei, während ich erlaufe, den Zettel. Mit den Augen. Höher. Hm. Oh. Was ist das hier? Wahrscheinlich, wie lässt er sich öffnen? Tja, mit kaputthauen wahrscheinlich. Schlecht. Oh, nö. Angriff, Angriff, Angriff. Angriff, Magie, Peng. Ich fahre auch Peng. Wow. Komm da her. Ein Wieder. Wiedergekehrter. Äh, ein Wiedergänger. Hm, wie auch immer. Ordentlich kaputt gehauen, den Typi. Und das haben wir ihn besiegt. Sehr nice. So. Hm. Jetzt müssen wir noch weiter gucken. Da war noch irgendwo, wird die Kinder da gesungen, da mit den Knippen und so weiter. Hm. Hm. Nee. Das rall ich jetzt nicht. Rall ich gerade überhaupt nicht. Hm. Hm. Das sind hier Knippe. Versteckt. Hä? Oh Gott. Ah. Ja, muss doch. Der hier. Das sind tatsächlich Knippe versteckt und ich seh's nicht. Hm. Schön kämpfen. Schön kaputt haben die Leute hier. So. Oh, Mary. Stufe 15. Nice. So, dann müssen wir uns das mal ein bisschen heilen hier. Beutel. Heil Krautzen. Abbenutzen. Auf Pick. Ja, dankeschön. Benutzen. Red kriegt auch ein bisschen mit ab. Na ja, da kriegt's auch noch eins. So. Kill Bill kriegt auch einer. Hm. Und Mary garantiert. Nicht. Bei 10 Punkten lohnt das nicht. So, dann kommt Ost. West. Äh, West-Ost. West-Ost. Dann kommt West-West. Und dann kommt Ost-Ost. Irgendwie so war das doch. Habe ich mir zumindest so aufgeschrieben. Ja, ich habe hier auch plötzlich aufgeschrieben. Wir werden's ja sehen. Wenn jetzt hier gleich übelst die Zombies auf uns gehetzt werden. So. Ja, drückt den Knopf. Und? Das Geräusch eines großen, sich entfernt bewegenden Steines ist zu vernehmen. Huhu. Nice. Ich glaube, das war's. Jetzt müssen wir hoch. Ne. Ich weiß es nicht. Was war nur hier? Ich und meine Orientierung, ey. Es ist so toll. Ja, hier war's. Ja. Oder auch nicht. Verschlossen. Hmhm. Blöd. Blöd, 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 blöd. Also doch woanders lang noch. Hm. Hm. Nein. So, was können wir die Leute wieder kaputt hauen? Mann. Bestimmt hier oben. Ach, na klar. Safe. Öffnet die Truhe. Ausdauersamen. Nice. Magies. Magie-Schlüssel. Wow, geil. Pic nimmt Magie-Schlüssel. Mit denen kann man bestimmt ganz formos Türen öffnen. OV-Warmen benutzen auf Mary. Weil Mary doch so wenig HP hat, dachte ich mir, wenn wir jetzt mal so aus Dauer wären. Geil. Ja, nützt sogar was. Höhöh. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Mir egal. So. Einfach nur da oben. Ich gucke nur noch auf die Stats und nicht mehr auf die Gegner. Höh. Okay. Are you ready? Tür auf. Oh yeah. Aus nichts ist plötzlich eine unheimliche Stimme zu hören. Stielst du unseren Schatz? Wer wagt es, unseren Schlummer zu stören? Mumien. Ja, ich mache mir doch mit links platt. Oh. Ich kriege ja richtig Angst, Mensch. So, ein bisschen mehr angreifen. Oh, das war ja simpel. Prima, du fandest dich in mehreren Flügel. Er hat sich schon wieder meinen Controller verabschiedet. Alter, ich kriege hier einen Mangel. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. So, und dann bin ich auch wieder da. Du fandest mich in mehreren Flügel. Wartet mal. Ähm, wenn ich ihn trufe, nee, ich will nicht so viele Kämpfe machen. Ich habe hier noch die Lösungsbuch-Dingens. Wollte ich mir sowas vor mir liegen? Hm. 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 Hat grüßt. 80 Goldstücke. Na ja, mal hin. So, next. Eine unheimliche Stimmung ist aber immer wieder das Gleiche. Hm. Oh, Kilbel. Das passt da und flinkheitssamen. Das ist ja geil. Item, Beutel, Heiekraut, benutzen. Kilbel. Hm. Pic kriegt doch mal. Joa. Kilbel. Ah ne, Red kriegt noch einen. Kilbel kriegt auch noch einen. Nein, nein. Okay, Bill. Oh, Mann. In manchen Screens bleibt das gleiche, in manchen bleibt es nicht gleich. Also, was ich schon ausgewählt hatte, bleibt dann ausgewählt. Total verwirrend. Uh, eine eklige Stimme. Sagt auf einmal, dass die Mominen besiegt wurden. 102 Goldstücke, 112 verlaß das war aus dem Nächsten. Plötzlich eine unheimliche Stimme zu hören. So. Ja, es gibt doch wirklich Zauberrock. Geil. Warte mal, Items? Er hat jetzt den Zauberrock. Kill Bill hat den Zauberrock. Äh, abgeben. An Mary. Hey, geil, Mary hat jetzt den Zauberrock ein bisschen geil. Finde ich cool. Was sagen wir noch? Flinkheitssamen benutzen an Mary. Mary kriegt jetzt hier ein bisschen Stuff. Und ist hier voll gebuff von uns. Stärkesamen benutzen wir auf Kill Bill. So, dann haben wir hier noch Magieschlüssel. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Aus dem Nächsten ist plötzlich wieder diese blöde Stimme zu hören. Talalala. TNT-Ticket, nice. Oh, 304. Ich denke, wieder unsere Schatz. Ja, 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 wie schon blöd. Ein Rubin Ring. So, this is nice. Benutzen auf Kill Bill. Hm, hm. Benutzen auf Kill Bill. Hm, hm. Benutzen. Auf Kill Bill. Benutzen. Auf niemanden. So, warte mal, warte mal. Hm, Rubin Ring. Äh, abgeben. Hm, tragbares Accessoire. Nun, kriegt dann auch Mary den Ring halt. Jo. Bitteschön. Mary hat jetzt den Schiffen Ring. Hm, nein, ja, ja, ja. Hm, nein, ja, ja. Hm, nein, ja, ja. So wenig Gold. Hm, 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 hm. Ist schon wieder fast down, das geht ja gar nicht. Mini-Medaille, na, das hat sich gelohnt. Halt, Beutel. Heilkraut auf Kill Bill. Hm, 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 hm. Heilkraut auf Kill Bill, hm, hm. So, zwei Truhen haben wir noch vor uns. Oh, eine unheimliche Stimmung, bla, bla, bla. Oh, der Part ist schon wieder fast vorbei. Eigentlich ist er schon vorbei. Eine Steinperücke. Nett. Ja, ja. So. Nice. Und Goldstücke. Hä, eine Steinperücke, das ist ja geil. Ich mach die Abwehr mega hoch. So, ich kann Kill Bill ruhig behalten. Ich kann Kill Bill gleich mal ausrüsten. Ausrüsten. Oh. Steinperücke ist verflucht. Naja, was soll's. Hm, hm. Kill Bill, du bist jetzt verflucht. Haha. Warte, mir ein bisschen Nerven. Naja. Chemie, ihren Flügel. Alt. Magie. Teleport. Ach, Alia. Hallian. So. So. Deine Schädel trifft die Decke. Verlasse Höhlen und Gebäude. Ne, dann. So, jetzt. Magie. Pick. Teleport. Alle, ja. Weil ich will mal die Minimedaille endlich abgeben. Krüzi. Ja, das machen wir jetzt doch in diesem Part. Mir egal. Wenn wir jetzt schon zwei Minuten überzogen haben, können wir noch mehr überziehen. So. Rein hier. Grüße. Schön, nicht wieder zu sehen. Wie ist es mit Mini-Medaillen? Blablabla. Du hast noch mehr Mini-Medaillen gefunden. Ich werde gut aufpassen, mein Freund. Sieben Mini-Medaillen und Brat. Fünf Mini-Medaillen gefunden. Zur Pallone gibt es eine Donnpeitsche. Eine Strumpfband. Okay. Die Mini-Medaillen sind alle weg. Okay, Donnpeitsche. Abgeben an. Mary kriegt heute die Donnpeitsche im Austausch gegen das Gegengift. Ja, sie möchte es ausrüsten. Danke. So, dann gehen wir jetzt noch Kill Bill entflurifizieren. Das war halt so verlockend. Mit so vielen Verteidigungspunkten. Voll geil. Jetzt wird der Opa uns garantiert den verfluchten Gegenstand dann rauben. Zack, rein hier. Ach, Oma, hau ab. So, guten Tag. Zuverlässiger Dino-Gottes. Segen, das muss es sein. Ja, wessen Fluch soll ich beheben? Kill Bill. Von dem 420. Boah, ein schöner Oma. Ja, jetzt sind wir schon bei fast 19 Minuten. Kann ich noch etwas anderes für dich tun? Nein. Ja. Sei bitte vorsichtig. Friede sei mit dir. La, 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 la. Ach so, klar. Nein. Ausrüsten. Ach. Ach, Kill Bill. Das ist ja noch schon mal auf dem Kopf. Na gut, also, ich sag einfach mal, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Ich freu mich drauf. Wir sehen uns. Bis dahin. Und tschau'sen. Wir sehen uns. Ist das eigentlich so ein Blödsinn? Naja. Wir spielen uns. Bis dahin. Und tschau'sen.